Wir spielen weiter WoW und dabei muss ich irgendwie an Mario denken, weil wir jetzt ne Pilz-Quest haben. Ich muss irgendwelche Pilze einsammeln. Da, dir. Die hab ich vergessen letztes Mal irgendwie anzunehmen. Dat war Short. Shorts. Das war übelst Shorts. Das war's. Ich werde über einen Kommi schreiben, dann let's play ich das mal so 5 Parts oder so. Ist ja auch ganz interessant. Zwei Matches mal zeigen. Und dann könnte ich da auch Abonnenten herausfordern. Geile Sache. Sehr geile Sache. Ja, nerv mich jetzt. Aui. Ich mag Aui. Der macht Damage. Wo ist denn die letzte Möchel hier? Oh, meine Mama ist da draußen. Ich glaub, ich hoffe, es geht dir gut, ey. Das ist so laut. Das knallt so draußen laut gerade. Das ist Todeswetter. Das ist 2012. Draußen momentan. 2012. Und nein, ich glaub nicht daran. Aber wenn ihr dürftet, müsst ihr es auch respektieren, wenn andere daran denken. Es ist eigentlich alles Kopfsache. Es ist zwar nicht gut, aber... Jeder hat eine eigene Meinung. Und die sollte man nicht verachten. Egal wie bescheuert oder bedummt oder beknechtet die ist. Und er wird wiederkommen. Ich muss Mastery und ausweichen. Mastery ist wahrscheinlich schon geil, aber das ist ein Tank-Item. Aber egal. Ist ja nicht weiter wild. Das ist eine Kurz-vor-End-Quiz. Weil wir haben nicht mehr viel. Dann können wir schon zum... Mal... Zu dem Ding hier. Also zum Loch. Das... Der wirbelnde Abgrund. Oh mein Gott, hat das gerade wieder laut geblitzt. Bom, 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 bom. So, hier benutzen wir das Totem. Da, hört ihr? Ja, das ist obwohl meine Scheibe zu ist, ey. Das geht ja mal gar nicht klar. So, wo ist jetzt der Flappen? Der müsste jetzt da rauskommen. So habe ich das noch in Erinnerung. Das ist der nicht. Der kommt jetzt hier raus. Glaub ich. Ich bin auch gejuckt. Oh mein Gott. Ihr amüsiert mich, ihr Schwächling, Cesar. Aber ihr werdet nicht über einen Gefallen tun. Ja, jetzt ist es im Maul, Alter. Ja, lau mich nicht voll. Vor allem das zum Thema. Ihr amüsiert mich, ey. Du Junge, du bist tot. Widerlicher, gesichtsloser, scheißviech, Elefantenkopf. Warte, ist gut für dich. Und nein, das sind keine Götter. Das habe ich letztes Mal gesagt. Werden aber als Götter ähnliche Wesen angesehen von den Naga. Weil die halt ja sehr viele Perlen und so rausbekommen. Und die die hübsch finden. So habe ich das im Prinzip gemeint. Hier 11 Gold für eine Brust. Brüste müssten viel mehr wert sein. Oh mein Gott, bin ich eklig. Okay, jetzt geht es los. Wir müssen in das Viech rein. Allerdings nur unten. Da müssen wir acht so eine Typen, äh, drei Typen killen. Und, ah, wir müssen unten, unter das Viech. Das ist eine Höhle. Das habe ich mir letztes Mal gemerkt. Weil ich es zweimal falsch gemacht habe, nämlich. Ähm, drei Typen killen. Die sind in der Ecke. Und die Netterscheusale, Netter? Netterscheusale sind mitten im Raum. So, hier haben wir einmal einen Urga. Urgotz. Chogal. Nicht, aber, oh Gott. Boah, 90k, Alter. Tschüss. I want to get away. I don't want to fly away. So, holen wir mal den an. Dann brauchen wir auch gleich mal Mantel des Schatten an. Oh, ich kann kicken. Passt ja. Mantel des Schatten ist aber echt nice. Ich muss noch eine Menge lernen, was Schurken betrifft. Ich meine, die Klasse interessiert mich nicht an sich, weil ich bin Krieger. Ich werde immer Krieger sein. Und im Prinzip finde ich Krieger einfach die geilste Klasse überhaupt. Allein dieses Wort Krieger fasziniert mich. Und deshalb werde ich da wahrscheinlich auch dran bleiben, auch bis Patch 9.37. Immun, geil. Das hat wirklich geklappt. Aber Twinken macht doch schon eine Menge Laune. Nicht intensiv, aber immerhin so ein bisschen. Und wenn ich das Ding hier als Let's Play gemacht habe, dann ist das auch in Ordnung. Ich meine, hätte ich das hier jetzt nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt einen Schurken twinken. Und überhaupt nochmal neu anfangen. Aber da ich jetzt mit meinem Krieger bald die 9000 Erfolgspunkte überschritten habe, habe ich momentan ein bisschen mehr Zeit, kann von allem ein bisschen mehr aufnehmen. Und kann mich endlich wieder den wichtigen Sachen widmen. Was ich jetzt nicht unbedingt nur mit LPs verbinde. Jap, jap, jap. Oh, jetzt könnten wir mal das Energieding anhauen. Das würde doch mal sich lohnen, glaube ich. Gut, Kicken geht nicht. Aber das ist mir jetzt auch Wain, weil wir ein 5er-Gesonnung drin haben. Und jetzt gehen wir. Yo, down. Der Kass nimmt mich diese Tentakel und die halten von unten das Schlangenvieh fest. Und das ist halt das Problem. Jetzt müssen wir noch hier netter Scheusale killen, die durch die Gegend geistern. Das ist jetzt aber auch keine große Herausforderung, weil die haben immer nur 40k. Ja. Na gut, der hätte ein Dingspunkt mehr drauf sein können. Naja, was sollt's? Effektiv... am effektivsten mit langsamen Waffen. Hm. Ich will mal was gucken. Mache ich eigentlich den hier die ganze Zeit? Oder... Oder finsterer Stoß eher? Weiß ich gar nicht. Ich glaub doch schon finsterer Stoß, weil den hab ich ja geskillt, ne? Ja. Der andere ist nur, um den dort drauf zu machen, im Prinzip. So, einmal den hier. Und dann nimm mal weiter, so. So, kommt's mir auch irgendwie am logischsten vor. Ohne Witz. Am besten, am kurzen, am lordsten. Wir müssen übrigens auch noch in dieses komische Schlangenvieh rein, wenn wir hier wirklich weiter questen. Und ja, machen wir wirklich. Tja, wollte ich nur mal angemerkt haben. Weil die hier noch nicht waren und dieses LP sowieso weiterverfolgen. Ich hab gerade gespoilert. Aber es dürft ihr ja auch herausgefunden haben, wenn ihr ein bisschen zuhört. Hört ihr zu? Gut. Schaut ihr zu? Ne? Mewain, mach ich bei LPs auch ganz oft nicht. Ich hör aber halt eine Stimme an, wenn ich irgendwie allein bin und reden will, aber keiner da ist. Und guck ich mir eine LP an. Am besten Let's Play Markus. Irgendwie Mario Kart oder so. Das macht schon Laune. Mario Kart ist cool. So, I pack. Fuck. Zerschnitzel. 40% ist echt viel. Das war früher ja nicht so viel, glaub ich. Das waren frühen 120. Eher so, nicht ganz früher. Ich mein jetzt, das gab's nicht ab Level, ab dem ersten Skill. Das waren erstmal 20 und dann 40. Oh Gott, ist das alles schon lange her. Dup, 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 dup. Tschüüüüüü Und ab zum abgeben Uns fehlen noch etwas mehr als 5 Balken Ich denke mal Das dauert auch nicht so lange jetzt Aber ansonsten Dürfte es passen Schwimmen wir mal hier hoch Geben ab Und dann war's das auch erstmal Zwei Parts für heute Morgen werde ich dann wahrscheinlich mehr aufnehmen Aber für heute nicht So, bringt das Gehirn Das Ding jetzt nach Warsch hier Das machen wir gleich Und hier die Scheusahle Und da müssen wir gleich hin Machen wir auch gleich, aber erstmal Cut Ich danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns gleich Euer Dab, tschüüüüüü